Jo was geht ihr Homies und ein zweckhaftes Willkommen zu meinem neuen Video. Heute nehmen wir den lieben Marcel Skorpion näher unter die Lupe. Marcel Skorpion. Sein Name beinhaltet das Wort Skorpion. Skorpione haben zwei Scherenhände. Wartet mal, Edward mit den Scherenhänden? Wenn wir uns dieses Bild von Edward genauer anschauen sehen wir Vizcabasa. Vizcabasa ist ein guter Freund von Marcel. Die Nase von Marcel hat die Form eines Dreiecks. Moment mal, was fällt uns ein, wenn wir an das Wort 3 denken? Genau, ein 3er BMW. BMW steht für Busen müssen wackeln. Hahaha nein jetzt mal Spaß beiseite aber ihr müsst zugeben, der war echt gut. Naja wo waren wir stehen geblieben? Ach ja genau bei BMW. BMW hat drei Buxtarten. Das Zeichen der Illuminaten hat drei Seiten, aber wartet mal. Das Ganze wäre zu einfach. Wir müssen der Sache genauer nachgehen. Huch da hab ich ja schon etwas gefunden, schauen wir uns es zunächst einmal an. Ich muss dir das eigentlich mal zugeben, ich bin ja wirklich bei Illuminaten, ne? Moment mal. Habt ihr das gehört? Das kann nicht stimmen. Die Illuminaten würden niemals zugeben, dass sie Illuminaten sind. Es sei denn, es ist ein Trick der Illuminaten, dass wir alle denken sollen, dass Marcel ein Illuminat ist, er aber in Wirklichkeit keiner ist. Ja, das muss ein Trick sein. So schnell täuscht ihr uns nicht. Marcel Skokjon ist nicht Illuminati konfirmiert.